Leute, wer da ist! Hi! Kenntet ihr den? Nee! Der Peter, der Spinn ist Peter! Das war so schön hier! Ich hab so durchgeatmet! Fantastisch! Wirklich, also die Idee der Zwei komplett miteinander, um diese Begrenzungszeit... Ja, schön, schön! Hast du dir gut ausgedacht, André? Warte, wir würden lauter sprechen! Wir haben ein bisschen Pfeifen hoch. Machen wir uns heute noch bald! Nee! Abgewählt! Nee! Nee! Also wir können es ja fühlen! Ja! Was sagen wir? Wir werden aber innerhalb von zwei Tagen 16 Kilo loswerden! Komm noch mal ins Bild! Eben noch Schnapp! Achtung! Ja, aber dann existiert es nicht mehr! Jetzt geht es hier schon wieder! Ja, mittlerweile geht es schon wieder! Nee, es war ein wirklich schönes Konzert! Ihr habt doch so was, wenn ihr nicht da wart! Aber ihr wart ja da! Ja! Sonst guckt sich das ja keiner an! Ja! Das stimmt! Ja! Ja! Nee, ohne Schreis! Also wirklich mal... Und wenn ihr nicht da wart! Gesteckte! So! Sind angekommen! Na ja, ist doch so! Mhm! Ich denke mal super! Auf jeden Fall! Weitermachen, Damen und Herren! In der Federlinie inzwischen! Ich hab keine Ahnung! Dann kommt er im nächsten Video! Oder sagen wir! Ich dachte den ganzen Abend, wir spielen noch die Weiding Line! Aber nö! Die Herren haben sich nicht vorbereitet! Das haben wir bitte! Match! Das sein wird der Settlist! Komm, den machen wir jetzt noch! Den machen wir jetzt noch! Ich hab so geweint! Den spielen wir als A Cappella! Wollen wir den singen? Tschüss! Tschüss! Matthias! Tschüss! Matthias!